Die Papiertextur hat einen erheblichen Einfluss auf den Look deiner gemalten Striche. Damit du einen ähnlichen Look auch beim digitalen Malen erzeugen kannst, zeige ich dir in diesem Tutorial, wie du ganz leicht ähnliche Papiertexturen auf deiner Leinwand einfügen und nutzen kannst. Und das programmunabhängig. Hi, ich bin Sandra, The Coaching Artist und Gründerin der S Art School. Heute möchte ich dir eine Lösung für ein Problem anbieten, was wir als digitale Künstler leider relativ oft haben. Ja, wir malen auf einer in der Regel texturlosen, weißen oder leicht eingefärbten Leinwand. Wenn ich da mal einen Strich jetzt hier ziehe, siehst du, ja, das sieht nicht wirklich natürlich aus. Und klar, ich habe jetzt auch wirklich einen sehr standardmäßigen Brush verwendet, ohne Textur, ohne irgendwas. Das kann man natürlich noch anpassen. Aber trotzdem, wenn wir da schon einmal gucken hier, im Vergleich eine traditionelle Skizze. Ja, ich habe hier mal ein Ohr mit Bleistift auf einen ziemlich stark texturierten Papier gemalt. Und gerade hier in dem Bereich siehst du ganz gut die Textur des Papiers. Ja, und das ist einfach was, was uns oft im digitalen Malen, wenn wir hier mal zurückgehen, das blockiert uns oft. Ja, weil wir da nicht so gut in den kreativen Flow kommen und ja, uns das Malen nicht so natürlich leicht fällt. So, wie gesagt, du kannst natürlich auch einen texturierteren Brush verwenden, wie du hier siehst. Ja, da habe ich mal wirklich einen mit mehr Textur hier zum Zeichnen verwendet. Aber auch da ergeben sich dann mehrere Nachteile oder Probleme. Nämlich einerseits hast du dann nicht so die optimale Kontrolle oft über die Textur, die du malst. Oder auch, wenn du dann das Ganze verblenden möchtest, entweder mit dem Wischfinger oder du mischst es dann mit einer anderen Farbe, siehst du dann, je nach Brush verliert sich oft diese Textur dann wieder. Ja, und sieht dann auch irgendwie komisch aus. Und in jedem Fall, selbst wenn das nicht passiert und du die Textur behältst, fehlt dann trotzdem noch die Textur im Hintergrund. Ja, das beißt sich ein wenig, die Striche und dann dieser leere Hintergrund. Deshalb möchte ich dir jetzt eine Methode zeigen, wie du sie hier schon angewendet siehst, wo ich nicht über die Brushes selbst die Textur erzeugt habe, sondern eben über eine separate Fototextur, die du hier ganz gut sowohl im Hintergrund und eben auch auf den Strichen selbst siehst. Ja, also diese Striche hier hatten tatsächlich keine beziehungsweise kaum Textur, die ich gezogen habe. Das kommt alles über die Hintergrundtextur. Ja, und wie ich das Ganze hier erstellt habe, das zeige ich dir nach einem kurzen Hinweis zum Sponsor dieses Videos, nämlich der S Art School. Das heißt, wenn du wirklich richtig digital malen und zeichnen lernen möchtest, dann findest du darin alles Wissen und Training, was du benötigst. Und zwar in Form von gut strukturierten Online-Kursen, mit denen du in deinem eigenen Tempo, wann und wo du willst, lernen kannst. Aber nun zurück zum Video. Also, wie gehst du vor? Zuerst brauchst du natürlich, um eine Papiertextur einzufügen, auch erst einmal diese Papiertextur. Ja, und du kannst das entweder über dein Zeichenprogramm oft selbst erstellen, indem du zum Beispiel Fotos importierst und diese so lange bearbeitest, dass sie eine gleichmäßige Beleuchtung bilden und so weiter. Aber das ist alles relativ aufwendig, alles sehr mühselig. Deswegen würde ich dir tatsächlich eher empfehlen, nutze bereits fertige Texturen, also Assets, die bereits andere erstellt haben und entweder kostenlos oder kostenpflichtig online gestellt haben. Ja, kostenpflichtige, findest du sehr gute Texturen, zum Beispiel auf Etsy, auf Gumroad oder auf Artstation. Aber du musst auch gar nicht so weit gucken, denn bereits kostenlos gibt es auch sehr gute Texturen. Wenn du beispielsweise hier einmal auf unsplash.com gehst und da einmal nach Paper Texture suchst, ja, Englisch, im Deutschen funktioniert das nicht so gut, da siehst du hier bereits erste wirklich sehr gute Texturen, ja, gleichmäßig beleuchtet. Das, was ich vorhin meinte, das ist wichtig. Ja, kannst du dich einfach mal hier umschauen, was es da hat, was dir gefällt. Ich würde jetzt nicht unbedingt mit diesen zerknitterten Papieren gehen, ja, auf solchen malst du oder zeichnest du ja auch nicht traditionell, sondern wirklich eher sowas Gleichmäßiges, wo du viel Kontrast innerhalb der Papierstruktur selbst hast. Ja, und ich habe mir vorhin einfach mal diese Textur hier runtergeladen, dann klickst du einfach drauf zweimal, dann öffnet sich hier das Fenster, muss natürlich gucken, wie die Lizenz davon ist. Hier steht free to use under the Unsplash License. Die meisten sind da wirklich auch Creative Commons, das heißt, du kannst die für alle Zwecke quasi verwenden, lädst es dir hier über Download runter und dann sollte sich das Ganze dann auch schon in deinen Dateien befinden und du kannst es dann in ein Zeichenprogramm deiner Wahl laden. Ich werde hier für das Tutorial einmal Prograde benutzen, wie du siehst. Im Endeffekt lässt sich diese Methode aber auf alles übertragen, ja, auf alle Zeichenprogramme, die mit Ebenen und Ebenen Modi arbeiten. Das ist also nur ein Beispiel. Ja, und dann erstellst du eine Leinwand oder wählst eine Leinwand aus, wo du den Effekt hinzufügen willst, gehst in das Importieren- Fenster, wo das auch immer ist in deinem Programm. Bei Prograde ist das hier unter Aktionen hinzufügen und dann je nachdem, wo deine Textur gespeichert ist, unter Datei einfügen oder Foto einfügen. Ich gehe auf Datei einfügen, weil das hat es in dem Download-Ordner gespeichert. Siehst du hier, ich habe es auch schon mehrfach runtergeladen. Hier wählst du das aus, die Textur wird eingefügt und dann machen wir das aber direkt schon mal passend auch direkt auf die Leinwand. Ich drehe es hier einmal so, dass es wirklich die gesamte Leinwand ausfüllt. Wenn du das im ersten Moment hier nicht sauber hinbekommst und das irgendwie so skalierst, dass hier noch ein paar Ecken offen sind, ist aber auch nicht schlimm. Da musst du gar nicht zurückgehen, sondern ziehe einfach mit dem Transformieren-Werkzeug die Textur dann noch mal größer, bis wirklich alles ausgefüllt ist und bestätige das Ganze. Ja, und damit du dann auch gleich einen besseren Vergleichspunkt hast, wäre es natürlich gut, wenn wir hier auch etwas Gemaltes haben. Deswegen bleibe ich mal bei diesem normalen Standard-Brush und wähle aber mal eine etwas schönere Farbe. Es ist nicht alles so grau und grau, genau, so eine Blumenfarbe. Aber wichtig, wir wollen jetzt nicht auf der Textur selbst malen, sondern wir wollen das Gemalte separieren von der Textur. Deswegen gehe ich einmal hier in das Ebenen-Menü und erstelle eine Ebene darüber mit dem Plus. Ja, und das ist quasi jetzt unsere Malebene. Wenn ich darauf jetzt male, siehst du, das ist ein leicht transparenter Strich. Da schaut die Textur auch schon ganz gut heraus. Und ja, der Hintergrund ist auf jeden Fall auch schon mal gut texturiert. Aber das ist noch nicht alles. Denn wenn ich jetzt mehrfach über eine Stelle zeichne, siehst du, wird der Strich immer opaker. Und irgendwann ist der Strich so opak, wie hier, dass man gar nicht mehr die Textur durchsieht. So, und das ist ja genau das, was wir vermeiden wollen. Deswegen meine Empfehlung, wir nutzen zwei Texturebenen. Einmal unten, ja, wie wir es bereits haben, um dem Hintergrund an sich eine Textur zu geben. Und dann noch einmal über dem Gemalten, um auch den Strichen, selbst wenn sie sehr opak sind, weiterhin eine Textur zu geben. Und das machst du wie folgt. Dupliziere einfach die bereits erstellte Fototexturebene hier duplizieren und schieb sie über das Gemalte. Natürlich wird das alles jetzt erstmal überdecken, weil wir immer noch eine opake Texturebene haben. Ja, es ist wie einfach nochmal die Fototextur darüber geklatscht. So, das bringt uns jetzt nicht so viel. Aber wir haben ja Ebenenmodi. Sprich, du gehst in deine Ebenenmodi-Einstellung. In Procreate ist es unter diesen kleinen N. Und wählst dann entweder den Modi multiplizieren aus. Ja, das siehst du schon sehr gut jetzt hier. Da kommt die Textur sehr gut zur Geltung, obwohl das ein total opaker Strich war. Oder es gibt noch andere, da kannst du dich einfach mal durchprobieren. Meistens sieht auch Linear nachbelichten sehr gut aus, wobei das oft ein bisschen stärker ist. Du kannst einfach gucken, was dir besser gefällt. Ich bleib mal bei multiplizieren. Ja, und dann ist das Tolle, wenn du auf deine Malebene gehst, du bist da jetzt wirklich total separat davon, befreit davon. Du kannst malen, wie du willst. Du kannst verblenden, wie du willst. Ja, hier, dann kriegst du auch mehr diesen wasserfarben Look, wenn du hier mit diesen weichen Blender arbeitest. Ja, das ist egal, was du machst. Die Textur bleibt erhalten. Das ist der große Vorteil, wenn du das Gemalte von der Textur separierst. Und natürlich kannst du dann auch trotzdem hingehen und zum Beispiel, wie jetzt hier, ich habe auch spezielle Wasserfarben Brushes und das mit dieser Textur kombinieren. Ja, da kriegst du noch mal einen schöneren Look hin. Aber eben die Gleichmäßigkeit, die bleibt erhalten. Das ist der große Vorteil, wenn du dich eben nicht auf deine Brushes von der Textur verlässt, sondern die Textur davon abkoppelst. Meine Empfehlung aber, sperre am besten diese zwei Texturebenen noch, damit du nicht aus Versehen auf diese Ebenen kommst. Ja, wenn ich da jetzt draufklicke, wird hier die Meldung kommen, genau, Auswahl gesperrter Ebenen. Das ist einfach eine Sicherung, dass du da nicht aus Versehen drauf malst und die Textur wieder zerstörst. Das wollen wir ja nicht. Ja, und das hat natürlich auch noch einen weiteren Vorteil, wenn ich jetzt hier wieder in das Ebenenmenü reingehe. Du kannst da beliebig viele Ebenen zwischen diesen zwei Texturebenen erstellen und da quasi verschiedene Malebenen aufbauen. Ja, und da auch die Tools nutzen, die du bereits kennst, um dann trotzdem non-destructively zu arbeiten. Dann gefällt dir vielleicht eine Farbebene nicht und die kannst du dann auch wieder wegnehmen, löschen, ja, oder mit anderen Farben arbeiten. Das ist alles dir überlassen. Das ist der große Vorteil von dem digitalen Arbeiten, dass du halt wirklich in separaten Ebenen und Schichten arbeiten kannst. Zum Schluss habe ich noch einen kleinen Zusatztipp für dich, denn es ist natürlich relativ aufwendig, immer für jede neue Leinwand, immer wenn du neu etwas malen willst, das alles hier neu einzurichten. So, aber das Ding ist, musst du gar nicht, sondern wenn wir einmal hier das gemalte löschen und vielleicht auch hier das auf diese Ebene reduzieren, ja, unser Ausgangspunkt, dieses, diese leere Ebene. Wenn du das hast, geh einfach in deine Galerie oder wenn du das in anderen Zeichenprogrammen hast, speichere dir dieses Dokument separat ab und dupliziere es dann jedes Mal, wenn du neu malen willst. Dann hast du nämlich direkt eine Vorlage, ja, dann kannst du einfach in dein Programm gehen und anfangen mit Malen, vorausgesetzt, du hast die richtige Ebene ausgewählt, genau, ansonsten hättest dich aber auch erinnert, weil wir ja die Ebenen gesperrt haben und kannst direkt loslegen. Das ist im Prinzip wie dein digitales Skizzenbuch, ja, das kannst du immer und immer wieder verwenden und machst den Schritt quasi nur einmal am Anfang die ganze Einrichtung und hast dann hinten hinaus jedes Mal, wenn du neu malst, Zeitersparnis und kannst direkt loslegen. Und wie du hier siehst, kannst du diese Methode natürlich auch für alle anderen Medien und Stile verwenden, ja, wenn du mehr den Bleistift-Look zum Beispiel zur Geltung bringen willst. Ich habe hier auch wieder nur diesen ganz klassischen Standard hartrunden Brush verwendet. Auch hier könntest du ja dann bereits bessere Bleistift-Brushes verwenden, aber du siehst, ja, wie viel allein diese Textur herausholt aus deinen Bildern. Ja, hier kannst du es einfügen oder auch, wenn du mit Tusche arbeitest, ja, ist jetzt hier nicht darüber dupliziert, aber auch in Kombination mit dem Wasserfarbenstil. Es macht sich einfach immer sehr, sehr schön. Ja, und gerade wenn wir auch beim Thema Wasserfarbenstil sind, ja, das ist natürlich nur ein Schritt, hier diese Papiertextur hinzuzufügen. Du siehst, im gemalten hier, da kommen noch ein paar Kniffe hinzu, die dann wirklich dazu führen, dass wir hier den Eindruck von einem Wasserfarbenstil bekommen. Und wenn du jetzt dazu noch mehr Tipps, Tutorials und auch spezielle Wasserfarben-Brushes haben möchtest, die ich dir vorhin schon ein paar gezeigt habe, dann schau einmal in die Beschreibung, denn da findest du nämlich meinen neuen Kurs Rosen digital malen und zeichnen lernen im Wasserfarbenstil. Ja, da gehe ich genau darauf auf noch viele weitere Punkte ein, wie du wirklich diesen Stil digital möglichst nahe kommst. Also das traditionelle Wassermalen, Aquarellmalerei, wie du das digital imitieren kannst, das zeige ich dir alles im Kurs anhand des Motivbeispiels Rose. Den Link, wie gesagt, findest du in der Beschreibung. Ja, und ich hoffe, dir hat das Tutorial jetzt gefallen. Sag mir gern in den Kommentaren, ob du bereits Erfahrung im digitalen Malen mit dem Wasserfarbenstil gesammelt hast und was du vielleicht auch noch gern zur digitalen Malerei generell lernen möchtest. Denn vielleicht bringe ich nämlich genau dazu dann bald ein neues Video heraus oder habe es auch schon. Schau dir einfach mal auch meine Playlists an. Und um zukünftige Updates nicht zu verpassen, abonniere am besten den Kanal, aktiviere die Glocke und vergiss bitte auch nicht, einen Like da zu lassen, wenn dir das Tutorial gefallen hat. Nun wünsche ich dir aber erst einmal viel Spaß beim Malen mit deiner neuen Texturtechnik. Bleib kreativ und bis bald!